Hallo, die musikalische Erbauung für den 23. April. Perfect Strangers – Deep Purple Perfekt 1984 Gute zehn Jahre nach dem Split wieder vereinigt aufgenommen. Besetzung wie 1973 mit den Herren Glover, Blackmore, Pace, Lord und Gillen. Roger und Ritchie wollen sich immer noch an den Tasten bzw. Seiten gegenseitig was zeigen. Der eine Ian und John legen einen Drive-Teppich darunter, sodass es eine wahre Freude ist. Und der andere Ian, der ist am Mikrofon immer noch mächtig ausdrucksstark. Seine unvergleichliche Stimmkaskade aus Child in Time, die wird sowieso immer bleiben. Jetzt die Purple Perfect Strangers. Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hörst dir an und der Tag ist dein. Und da, steht ein paar Begeister. Gute. Ich hab, schあ, scha, scha, scha. Vielen Dank.